Herzlich willkommen zur Talk24 am 27. Juli. Noch immer können die Apotheken keine digitalen Impfzertifikate ausstellen, nachdem der Deutsche Apothekerverband sein Portal aufgrund einer Sicherheitslücke abschalten musste. Zumindest die Zählfunktion des Portals ist laut ABDA nicht betroffen. Alle im Juli ausgestellten Zertifikate sollen korrekt gezählt worden und als Liste ausdruckbar sein, heißt es. Wann Apotheken den Service wieder anbieten können, ist noch unklar. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind mindestens 70 Apotheken von der Flutkatastrophe betroffen. Neben den Schäden durch das Hochwasser drohen den Apotheken Probleme bei der Abrechnung, wenn die Rezepte nicht eingereicht werden können. Der Deutsche Apothekerverband sucht deshalb mit Unterstützung des Verbands der Rechenzentren in Gesprächen mit den Krankenkassen nach Lösungen. Ein möglicher Weg wäre, ausnahmsweise mit den digital eingereichten Images abzurechnen. Geklärt werden muss auch, wie im Krisengebiet die Privatverordnung für GKV-Versicherte abgerechnet werden können. Im Campark Leverkusen, unweit der Bayerwerke, hat sich heute Morgen eine Explosion ereignet. Dieser folgte ein Großbrand in einem Tank mit Lösungsmitteln, der mittlerweile gelöscht werden konnte. Die Ursache für die Explosion ist bisher unklar. Mindestens ein Mensch wurde bei dem Unglück getötet, 16 weitere Mitarbeiter verletzt. Fünf Mitarbeiter werden noch vermisst. 49,7 Prozent der erwachsenen Menschen in Deutschland sind laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts vollständig gegen Covid-19 geimpft. Deutschland hat damit die USA eingeholt. Wie in den Staaten wird Impfmüdigkeit aber offensichtlich auch hierzulande ein wachsendes Problem. Die Zahl der Erstimpfungen ist in den vergangenen beiden Wochen dramatisch eingebrochen. Die Frage steht im Raum, ob das Ziel Herdenimmunität bis zum Herbst erreichbar ist. Nach der Übernahme mehrerer OTC-Marken von Sanofi durch Stada sichert sich der Bad Philbiller Hersteller den Vertrieb des Consumer Healthcare Sortiments in Teilen Europas. Beide Hersteller haben dazu eine Vereinbarung geschlossen, die für 20 Länder gilt. Die Markenrechte verbleiben bei Sanofi. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Atok24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheker Atok. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.